Hallo zusammen, es steht Weihnachten vor der Tür. Wir machen für alle Angestellten mit Angehörigen, wenn vorhanden, ein Weihnachtsessen. Jetzt im November. Nicht alles hat zu, aber die Restaurants haben Pflichtabstände und so weiter. Buffet geht nicht, dies geht nicht, jenes geht nicht. Wir machen es jetzt trotzdem, morgen, Freitagabends. Und Chef hat gebastelt. Und jeder kriegt hier so ein Ständer, Weihnachtsessen 2020. Das habe ich noch nicht, da gibt es dann noch ein Jockey-Stängeli dazu. Ja, nur, warum zeige ich euch das jetzt? Ihr wisst, ich habe auf meinem Kanal, könnt ihr nachgucken, irgendwo gegen 1000 Abonnementen. Aber eben nicht 1000. Und der tausendste Abonnent, vielleicht wenn es erst im Januar ist, kriegt dann auch statt dem Meter ein Jockey-Stängeli. Und hier ein Wemo-Weihnachtsessen-Ständer mit einer Autobahn-Vignette. Jeder ist unterwegs, jeder Brett, sonst könnt ihr es verschenken. Ja, also der tausendste Abonnent kriegt so ein Ständer. Und ich verlinke euch hier unten das Abo-Button drücken. Und ich wünsche euch noch ein gutes Jahr und vor allem noch ein viel besseres wie es nächstes Jahr. Mit allen Bazillen und Mikroben und alles, was sonst so rumturmt. Hier Abo-Button drücken und hoffen, dass ihr der tausendste seid. Ich wünsche euch einen schönen Abend.